Okay, und damit herzlich willkommen zurück zu Granblue Fantasy Relink, zum Endspurt. Wir werden nämlich jetzt noch die letzten zwei Charaktere freischalten, die Episoden noch machen. Und wenn wir das fertig haben, denke ich, dass ich das Projekt damit dann beenden werde. Das heißt, denke ich, weiß ich. Gut, hinten in der Ecke ist wieder die Quest. Machen wir mal ganz kurz. Können wir mal gucken, ob ich, glaube ich, gar nicht so viel, dass ich die Rollen-Dingens mache. Ich habe noch 10, das heißt, ich werde dann noch die Quests machen, die wichtig sind für die Rollen-Abschluss-Quest. Und ja. Level Up, Rackham ist 60, sehr schön. Damit können wir von Rackham schon mal das helle Köpfchen runternehmen und jetzt einfach irgendwo tauschen und entfernen. Ähm. Ich kriege dann helles Köpfchen 2. Und auch irgendwas anderes. Äh. Wir machen mal schnell das Abklingen rein, das ist okay, denke ich. Dann können wir in der Gruppe schon nochmal swappen. Das Gold-Tagebuch werde ich definitiv für einen der Neuen benutzen. Ich weiß nicht, ob das dann reicht, um direkt einmal alles aufzudröseln. Oder ob ich dann immer noch mehr machen muss. So. Äh. Letcherl-Systems 3. Talena-Glas. Hm? Äh. Äh. Shiro? Wir können nämlich noch eine... Ich glaube, wir müssten noch ein Crew-Ticket haben, ne? Ja, genau. Dann holen wir uns jetzt. Parsibal. Das war letztendlich der Gruppe angeschlossen. Ja, ich möchte kurz mit ihm trainieren. Ich muss ja mit ihm schließlich auch Quests machen. Ich muss ja mit ihm schließlich auch Quests machen. Der als Flammenkaiser bezeichnete Ritter studiert, äh, Länder, um mit diesem Wissen ein ideales Land zu gründen. Sein Langschwert und seine Magie lassen Gegner entzittern. Drücke wiederholt, äh, können wir auszuführen, das Aufladen eines erhöhtesten Kraft. Parsibal kann mit seinem auch in der Bewegung aufladen. Oh, okay. Außerdem weicht er nicht zurück, wenn er von einem Mann getroffen wird oder während er auflädt. Oh, wie hoch geht das? Lässt es rein. Okay, aber keiner ist vom Laufkram einfach mal angreifen. Oh, also relativ simpel eigentlich als Charakter. Dann gucken wir uns jetzt noch die Routine an. Oh, okay. sogar auf deutsch ist jetzt nicht wirklich so schwer da ich ja eh keiner ich gerne dann machen wir einmal kurz zum schmied definitiv kann ich nicht weil kuschel des häuptlings fehlt mir einer dann haben wir im inventory jetzt hier noch ein kupferding reicht das um 60 zu bringen das wäre cool beide reichen ja dann ist das auch erledigt dann haben wir auch mit dem gold zauberbuch wo ist er 72 hoch hier ist gleich ein bisschen sehr viel erstmal das macht so ein silberbuch 61 ok ok dann haben wir das gold zauberbuch für den letzten machen wir das nicht die ganze zeit leveln ok dann bekommt passivale noch eine ausrüstung hat keine andere waffe sorry geht nämlich eh nicht mehr mit das ist passivale kriegt angriffskraft 3 von it hier noch einen begrüßt schaden ja schwachstehen angriff schwachstehen angriff link angriff barb combo himmelsstürmer schnelle aufladung werfen konzentriertes feuer von fernkampf angriffen wo objekten wo objekten schwäche betroffen sind schaden zugegen aber drei zustand mehr schaden zu das ist ganz lustig können wir ihnen dann theoretisch eine andere waffe reindrücken ja es wird immer irgendwas setzt drei seltsame flügel fern hier namen kaiser zwei klauen der flammen bestie warte mal können wir denn eventuell so hast du denn so dann können wir eben den können wir eben den letzten dingens geben und dann hier den flammen kaiser aufrüsten um das an oh nö 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 wir haben nichts zum verkaufen gut okay äh dann möchte ich gerade einmal noch die master mastery noch hochziehen heute d jetzt mal ein Slot Okay, dann können wir im Tagebuch noch mal ganz kurz zwei Sachen rausdröseln. Gut, 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 gut. Äh, Gruppe können wir schon mal rausnehmen. Ihn. Sind wir jetzt gerne dann drinnen. Ähm. Fili mit rein. Kann Fili noch mit leveln? Äh, Ausrüstung. Nein, nein, Numeral. Noch zwei Slots. Was packen wir da noch rein? Verdienen wir Rupien. Erhege für Online-Spiele und... Nicht für Online-Spiele. Hey, Rupien-Spaar-Fuchs. Er hat Erfahrungspunkte. Wenn du Gegner besiegst, dann kriegst du das Herz-Köpfchen. Ist mir auch egal. Krabben-Echo. Stufe 9 erhöht die Merkmalstufe. Und die damit verbundenen Effekte. Abhängig von der Menge geretteter Klein. Kann man da irgendwie dann sehen, was das bringt? Okay, das bringt jetzt Damage. Okay, komm. Kriegt's jetzt Krabben-Echo ist auch okay. Ähm. Ähm. Sorry. Äh. Verlängert und dann hat das Problem noch nach perfektem Ausweichen. Erhöht die Füllgeschwindigkeit der HK, deiner HK-Leiste. Fähigkeit. Klingt Zeit jedes Mal, wenn nur einen Gegner triffst. Ich stecke des Effekts in eine Art des Angriffs ab. Oh, komm. Mehr Ability-Coldown kann nicht schaden. So. Speichern. Dann ist wieder eine neue Quest. Die geben wir noch kurz ab und dann... Oder holen sie erstmal und geben sie dann ab. However, whatever. Dann machen wir die Schicksalsepisoden. Es tut mir leid. Und hoffen noch eventuell... Er hat Kugel, okay. Und dann können wir hier bei Numera noch mal ganz kurz... Wie viele mal filmen? Noch was. So. Und noch mal Angriff dazu. Haben wir nur noch das. Und dann können wir in die Defensive gehen. Die Sammlung ist eh gerade zur Zeit voll, glaube ich, ne? Ach. Ich glaube, ich hab bei Feli schon, äh... Ein bisschen was in den Staff reingesteckt, ne? Schicksalsepisoden nochmal. Wreck ihm jetzt noch zu Ende. Wreck ihm ist dieấtliche Zurück. Das Marumrt ist ja. Ich habe keine Fragen. Vielen Dank. Da muss aber ein bisschen problem. Ich habe keine Weiteren. Sie wissen, ich bin ein bisschen. Wir sind nicht der Westen. Wir sind die Sauberfluggerd. Soberfluggerd. Wir haben noch einige Geruch. Wir werden noch ihr eine große Herausforderung. Das war's für mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Neue Träume, Neuer Horizont Oh, naja, du hast den Stuhl in die Stuhl! Oh, das stimmt Jetzt habe ich das Gefühl. Das ist sicherlich... ... ich war's. Wahrscheinlich. Oh, du... Oh, du... Ich fühle mich, aber das ist nicht mehr so. Ich habe schon schon ein Flugzeug entschieden. Deswegen... Ich habe gesagt, 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 okay, das war es schon. Okay, ich dachte jetzt, die gehen länger. Na gut. Ankündigung für den Dienst der Nautilus. Gut, dann haben wir Rackham auch durch. So, und dann... Geht noch die letzten beiden Durchbröseln. ... 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 Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so schwer hatte. Ich habe mich nicht so sehr interessiert. Ich habe mich nicht so gut, was ich? Ich habe mich nicht so gut, was ich. Ich habe mich nicht so gut, was ich. Wir haben nur noch nicht nur die Schwersefahrung, sondern wir haben auch noch die Verwaltung des Flughauses. Ich habe es gut gesehen, aber es ist noch nicht so gefährlich. Ja, das stimmt. Ich werde den Weg zurückgehen, und werde ich mit der Oberfläche beherren, aber... Ich habe die Frage gestellt, Shirol. Es gibt keine Probleme. In diesem Land gibt es auch die Geistige Geistige der Geistigen Geistigen. Kann ich mir vorstellen? Ähm... Mein Name war Shirolu. Lammenkaiser. All these kickers areى winds that Kokus with fire. Make the sword clear,��고 we ought to move. אף Imple Jamaica has whispered so. I don't know what we're going to the end of his altar for anything years. We shall know how they were Joid ладно... The minutos and the turn of demons is going to let them attack. They fall in line. Ich habe einen Wettbewerb, und einen Krieg. Ich konnte nicht mehr, wenn ich die Welt nicht verletzen konnte. Ich hatte ein Schatz. Ich habe einen Schatz für die Lieblingsland. Ich habe einen Schatz für die Welt, die ich für die Welt in der Welt verletzten. Ich habe einen Schatz für die Welt gelegt. Aber es ist nur ein Wettbewerb. Vielleicht ist es ein Wettbewerb. Es ist vielleicht ein Wettbewerb. Wenn wir jetzt gehen, wo wir gehen, dann können wir uns nicht nur ein Wettbewerb. Aber ich glaube, dass wir uns ein Wettbewerb haben, dass wir ein Wettbewerb machen wollen. Das heißt, dass wir jetzt ein Wettbewerb machen wollen. Ähm, ähm. Wenn wir uns in diesem Wettbewerb denken, dann wollen wir uns in der Zeit, dass wir uns in der Zeit, dass wir uns in der Zeit haben. Ja, äh, sowas gibt es nicht. So, weiter. Ja. 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 In der anderen Seite, Anni Aglobal wird ein großes Problem gemacht. Anni hat sich nicht wiederholfen, dass sie größere Kraft haben. Das wird nachher sein, dass sie mit einem großen Schleuch in einem großen Schleuch verletzten. Was ist das, was ich? Ja, das ist ein Problem. Das war's. Ich habe eine schöne Angst vor, dass er das Verlust der Angring des Angring. Aber es hat sich mit Angring für Angring, die sich nicht mehr im Leben verletzt. Es war ein Wohlführend, das ist ein Wohlführend. Ich habe einen Dritten, als ich meine Mutter in der Karte habe, Ich habe mich mit Angring, das ist eine Verlust für Angring. Ich habe mich mit Angring für Angring. Ich habe mich mit Angring und Angring für Angring. Ich habe mich mit Angring. Ich habe mich mit Angring, die ich nicht mehr mit Angring bequen. Das gilt nicht so wie es, aber ich probier's auszetten könnte wie es nicht. Ich habe es nicht für meine Zeit, das été verhindert. Ich darf eine Nation die Lieblingsgruppe zeigen, aber ich darf es nicht ganz einfach. Wir sind noch ein Grund für die Lieblingsgruppe der Heiligen Nation und die Stoffe nennen. Das war's für mich. Es gibt immer noch eine große Angelegenheit. Ich kann auch nicht verlieren. Ich werde jetzt noch ein Wettbewerb machen. Okay.